was geht leute wir zocken wieder runter vor der 670 nur ganz kurz zu entwo gestern kamen keine videos war wegen erkältung weil ich wegen krank sein und so weit ja ich habe jetzt so gesehen kann auch mal geguckt wegen was ich noch auf platte habe noch vor ist das hier eine base gebaut und immer nur eine folge faust am tag ist kacke so nehme ich jetzt mal spontan gerade ohne eskimo oder eh keine zeit hat der spaß die ne äh dinges folge auf ne folge fallout 76 alleine hat er jetzt gleich gehabt weil er meinte lieber weil er meinte lieber fallout zu spielen heute lieber fallout zu spielen also meine fresse fort mal gleich damit spiel ja auf jeden fall ja gut seine sachen er hätte nichts hoch was ich auch mal kopf hoch weil ich gerade erkältet habe ich ja überhaupt keine lust und sie bin ja einfach zu büte ich wurde den ganzen tag voll verpennt aber ich bin jetzt ersetzt wie spät 23 uhr ich bin 21 uhr aufgestanden und bisschen was gemacht ist im grüchel an körperpflege man kennt sie ja ne katzen versorgt dies das anders und ja was dachte ich mir nicht so schnell ist noch fix eben eine folge auf und dann hast du für heute erst mal wieder zwei folgen zum so klar ein bisschen zumindest mindestens zwei finde ich die publik auf ja ich doch wieder die schrot warum ist das wieder gesporn ist oder ich wollte einfach sagen aber ich weiß ich gebe mir mühe viel versuchung also über erkältung viel zu produzieren gebe ich mir mühe keine sorge nur ein stück ist halt fast schon wieder weg und er macht halt kein spaß es ist sechs schuss für die schupptumgarten Haha! Und wie war eure Woche so? Hatte ein gutes Wochenende bekommen. Ich einigermaßen auch nur. Ja, ich lieg jetzt hier halb flach. Sagen Sie, warum macht die Pumpkan so wenig Schaden? WTF? Ich hab mich hier in den Weg nur höher gesetzt. Hatten wir den schon entdeckt? Nee, ich glaube nicht, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal da an für die heutige Frau. Aber ich will ja eigentlich nur die Eskimo spielen, weil keiner in die Zeit hat. Der wach, ich habe mich an, dass wir den Weg nicht schon unterhalten haben. Oh, ich will ja nicht mehr. Ich bin jetzt heute in Peri. Ich bin kein Mensch, was ichût sichergestellt. Ich bin kein Mensch, das ist auch nicht zu. Ich bin kein Mensch, das ist möglich. Ich bin kein Mensch, Leib, ist immer wieder anders. Ich bin kein Mensch, das ist ein Mensch. Ich bin kein Mensch, das ist wirklich nicht. Ich bin kein Mensch. Die Zeit mit dir, ist das noch nicht zu. Ach ja, dann verläuft er nicht. Hä, lol. Ich hab dich voll mit einer Schroffel hinterm Kopf getroffen. Ich juck das ganz viel nicht. Alles klar. Oh, wir waren an dem Ding nur Schaden. Oh, klar. Oh. Da war unsere Pump auch wieder leer. Nice. Oh, Mann, ey. Oh, ja, super. Wow. Geil. Oh, H-Klammerfarmte Scheiße. Goldschron. Und Toilettenpapier. Nice. Ja, dann gehen wir halt hier nicht hin. Geben wir halt woanders. Was haben wir noch hier? Werkstatt, was noch was? Aber ich geh mal. Das ist die Tourismusbein-Insel. Ach, hier ist auch der Helm-Markt, okay. Gehen wir zum Jahrhundert. Was hat dieser Werkstatt hier unten? Gucken wir mal da, was geht. Ach, das ist so ne... Ich will aber keine Werkstatt beanspruchen, weil es mich nicht interessiert. Wenn du unnötig gegen irgendwelche Kackviecher kämpfen musst. Das immer und immer wieder. Das ist nervig. Bist du quasi am anderen Ende der Map und musst dann gegen Viecher kämpfen. Ja, nee, ist klar. Aber warum ruckelt der beim Laufen so? Guckt euch das mal an, der läuft nicht richtig. Oh. Oh. Einmal schon. Alles klar bei dir? Oh, hier ist noch einer. Okay. Oh, level 15 ist der schon. Ja, moin. Alles klar, level 15 Gegner. Okay. Freunde. Er kommt doch her. Was? Was? Oh. Loin. Ha, 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 ha. Okay. Ha, 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 ha. Ja. Ha, ha, ha. So, wie viel? Oh, ha. Oh. 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 Oh, sieht denn hier schön aus. Nice. Nein. Oh, das hat doch nicht der Platz. Halt doch still, du Hund. Vorhin rennt, Alter. Hast du Lust bei ihm? Na ja. Warum geht der so beim Laufen? Warum schockt der beim Laufen? Das ist voll dumm. Oh, dass ich das festgebracht habe. Oh, okay. Halt's Maul. Ah, Bürste. Oh, ja. Ja. Wo ist denn? Nice. Ich hoffe mal, die Musik ist einfach nicht GEMA. Und es ist kacke. Ich weiß, der hat einigermaßen guten Stoff dabei. Och, Katzen. Geht weg von meinem Kabel. 44er. War nicht 44er Munition? Ich weiß es gerade gar nicht. Whiskyflasche. Schreibmaschine. Ja, egal. Wir haben aber keine Haarklammer. Super. Stange Zigaretten. Mr. Handy-Modell. Ist doch behinder. Wir haben keine Haarklammer für den Safe aufzumachen. Und überhaupt 44er. Nee. Nee. Oh, okay. Komm, ich claim die jetzt einfach mal. Anonymien vorkommen. Activate uns. Ist das auf Englisch. oh Katzen sind auch wieder eskalierend. Aber lauf. Nee, ich will keine 25 Gruppe, aber das gebe ich sicher nicht ein. Bis wir eh nicht großartig nutzen werden, weil das so ein Hebserver... ...Move-Spiel verlässt, wieder resettet. Deswegen... ...Leidvollfahrt. Responder Prioritätsalarm! Sieht aus, als wären diese verdammten Wölfe wieder auf der Jagd. Die Waldwache hat mehrere Rudel entdeckt. Der Aufenthaltsort des Alphas ist jedoch unbekannt. Ich wiederhole, der Aufenthaltsort des Alphas ist unbekannt. Nee, ich bin der Alphas. Er legt die kleineren Rudel, um ihn rauszulocken. Achtet darauf, genug Munition dabei zu haben. Dieser große Alphas macht ganz schön Ärger. Ja, alles cool. Alles easy. Ich hab immer genug Munition, Bruder. Äh, was trinken. Oh, Junge, wie langsam der läuft! Der buckt so hart um, ne? Ich hoffe, warum läufst du nicht richtig? Was ist dein Problem? Ich bin ja Level 10! Ich bin ja schon Level 10, GTA! Das ist nicht nett! Ihr frisst, oh verdammt! Ah, warum brüste der wie kann Klaffe wieder aus, ist das dein Ernst? Ja moin! Stieb! Stieb! Du Hund! Ich seh euch nicht, ihr müsst schon aus dem Club raus! Mixer! Oh, neis, wo ist der Fleisch? Oh, da frag ich's ja dabei, wollte ich einkaufen gehen oder? Oh, tschüss! Und meine Katzennamenblehungen! Huiuiuiui! Nice! Wollen wir jetzt den Anführer von denen gekillt? Hm, ich weiß es nicht ... Hm, ich weiß es nicht! Was ist denn die Runde? Hm, das sieht mal links dir aus, ich war ja ernst, war Oh, der scheiß f***ing Stern Was, er hielt sich? Warum hielt er sich? WTF? Ja, was, was, was bringen denn die Stimpaks, Alter? WTF? Ja, wer trifft wieder? Was ist das jetzt? F***ing ernst? Nein. Ach, Bruder. Mann, lauf doch jetzt mal, Mann. Stiep. Oh, Junge, der Typ ist auch so eine Null im Schießen. Oh, die Algeärme. Stiep. Kackvoll ist Rudel, Alter. Oh, nix da, komm. Oh, der trifft nicht. Ist klar. Junge, Alter. Gibt ja auch nix zu tun, ne? Oh, schwule Halsküste. Ich muss erstmal ein Stück aufstehen, Alter. Ja. Ja. Oh, alles gut. Was soll ich jetzt den... Oh, die Werkstatt... Ja moin, 64... Ne... Der Leibwolf des Ersten ruddelt... Und wo? Ah, das soll ich wie so ein verbaggtes Event, alter... Ja, super... Was sagt die Uhr eigentlich? Oh, neun Minuten... Oh, ok... Oh, hier... War ja klar... Aber die meisten Dicken grüßeln... Die halt Ex-Orbitant für... Ich spiel gehen... Achtung Bürger... Ein Atomschlag steht bevor... Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich... Ne, ich bin doch safe... Danke für Ihre Kooperation... Ähm... was? Zu den Leibwolf des Ersten ruddelt... Why? Warum ist der so weit, Digga? Ne, alter... Lass ich nicht ein... Glaube ich jetzt nicht ganz hin, Digga... Ich bin nicht gleich hier in das Bett... Oh Mann ey, meine Hals... So Ex-Orbitant-Wäh... Und wo ich will einfach sagen... Das war's erstmal für diese Folge... Fallout... Wir sehen uns in der nächsten Folge... Forrest, Fallout, Zombie... Call of Duty, Call of Duty... Zombie Wars auch immer wieder... Haut rein... Ciao mit V... Vor allem... Die Zeit, wann ich den töten soll... Bis ich da bin... Ja ne, ist klar... Was ist das für ein verbacktes Drecks... Quest... Aber naja... Haut rein... Und Ciao mit V...